Juppa! Juppa! Wuppa! Also ich hab mein Auto ausgesucht, ne? Ja. Warte. Starten wir, ne? Ja. Tag ist halt Standard, morgens, nachts bis drüber. Ja komm, lass morgens machen. Wetter Standard, also wieder. Du hast ja schon Start gemacht, ne? Also läuft schon, ne? Kamera. Ja. Ja, okay. Ja, wir spielen Playstation 2 und mit einem Club, äh... 3-Daptation Remix. Ja, jetzt wussten wir erstmal hier mal ein bisschen durch die Situation. Eine, ein Auslaufmodell von Sony, also die Plätze, wird nicht mehr hergestellt. Ja, seit 2002 schon nicht mehr, weil Playstation 4 ist, der auskommt. Bisschen schade, also die Sammler wird wahrscheinlich jetzt... Ich bin unten. Ich bin unten. Ja, ich weiß. Wie... Verdammt, ich bin schnell. Ach ja. Waaah! Waaah! Also nochmal, falls das nicht mehr was hab, du wirst es unten. Ich bin oben. Jo. Waaah! Also der rote, das ist äh... Ja ne, also ist nicht LP und das da unten bin ich. ...Dier mit Gastronomen, der grad die Bäume abfährt. Wuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Boah! Der jetzt den Donut mal. Ach du scheisse. Wenn du Wit 37 erschrecken schaden. Ich console durch welche Evgenheitheit Bye, man hatte es doch kaum was schädigt. die erste Schmiede die Verlängerung zu machen die Städte Na! Also ich lass lieber offen und hab wieder gespannt, wie ich ins Kundenabschieb ist doch so Unlogisch ist, weil ich sie auf dem Wasser fangen kann aber das ist die Pierper Doch, eigentlich geht das denn Boah! Alter, wo, 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 wo fliegt du denn hin? Du sollst eigentlich zu dir rüberkommen Das ist ja unmöglich Ich finde, das ist eines der besten Outdoor-Spieler auch wenns nur von 2005 ist Nee, das war für mich hier Ich finde, wie soll Aber bist du Und dann das mit dem Cruisen mit den Märzspielern macht das echt viel Spaß Ja, das ist echt funny, Alter Aber bin zu nie froh, ey, oooh Ich habe die Outdoor-Bahn Scheiße, mein Brunsch raus was ist das Ich hab die Outdoor-Bahn was ist das Waaah Waaah Das die auch so viel auch nicht so schnell kaputt gehen, das war ein bisschen unrealistisch, oder? Ja wo, ja wo? Du meinst es gleich schon im Arsch. Also von uns ist es echt mehr im Töhnchen, also falls ihr eine PS2 habt... Noch, noch. Noch. Das wird es auf jeden Fall so sein. Ich würd's mir noch holen, bevor die ganzen PS2 Spiele nicht mehr in den Läden zu kaufen sind. Weil dann die PS4 Spiele auch alle daraus kommen und dann gibt's nur noch die PS3 und die PS4 Spiele. Ja, weil letztens irgendwo mal in Oberhausen mal in Centro da Gangstop DDR hat einfach Xbox 1 Spiele gehabt, ne? Ja. Ja, hatten die. Cool. Also was es nicht, dass jeder Gangstop hat, ne? Ja. Ja. Weil die werden eigentlich nicht mehr so in Läden verkauft. Oder war es in England, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Im England gab's ja so einen Laden, da gibt's die ganzen Spiele richtig günstig. Ja. Habe ich ja irgendwie mit drei Xbox-Spiele für 5 Pfund bekommen oder so. Ja, genau. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern oder so. Schon nicht ohne. Und was das so so gut gekriegt hat. Und dann ist der Start ganz kaputt. Kann ich zumal die Spiele ja erstens gebraucht werden und das war ja irgendwie wie FIFA 99 oder so. Naja. Trotzdem. Ja, trotzdem für so Gimsbeck. Kannst du das. Vielleicht mal auf meine Autobahn mal abfahren. Ich kann jetzt mal ganz ordentlich, wenn's geht. Okay, das... Wenn's geht ne Patsch. Ja, okay. Du kannst es hier einziehen, das ist mir noch nicht so schlimm. Wenn man mal meine Karaden sieht, ne? Wenn man mal meine Karaden sieht, ne? Wenn wir treffen. Kann man mich halt schon passieren. Du bist gerade ungefähr unter mir. Du bist auf der Autobahn. Ja, ich fahr grad. Ja, Sekund, ich komm mal mit zu dir. Das ist so gut, schnell. Das ist ja fast hier 300. Ach du Scheiße. Ich... Abweil gegen Fall, ja. Bist du. Da war ich. Yeah. Weggebounce. Bounce. Bounce ich gleich auch mal weg, Junge. Ja, was macht, Junge. Hektar, Hektar. Das ist ja da oben. Das ist ja der mit Niveau. Ja, wenn du auch Abfahrt bist, dann abfahrt. Woher das ne Abfahrt? Uuuuuum. Puuuuum. Kucucuum. Da warst du. Dhehe. Du willst mich mauben, das weiß ich. Anti-Mor. Prost, jetzt. Und der Fluss war's. Der Fluss war's. Das war's. Hey, 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 hey. Ja, bei, bei. Das war's. Da ist ja, bei. Das war's. Ich brauche noch durch meinen Computer nicht dran. Vielleicht könnt ihr mal probieren, mal einen YouTube-Kanal für dich zu erstellen. Ja, weil letztens ist mein Finger abgekratzt. Machen wir vielleicht gleich mal. Da könnt ihr mir dabei helfen. Aber erstmal machen wir, glaube ich, das hier noch zu Ende. Ja. Dann lade ich dir das noch auf den Stick. Ich hab das ja auch erlebt, eben auf meinen Computer. Ja. Ja, und dann hast du das Buch da und so. Gamer, Gamer, Gamer. Und der Bus fliegt gleich 8 Stunden. Krall. Was glaubten die Geländewagen, ne? H1. Oh ja, H1 und H2. Obwohl die Busse mal zu einer Ausfahrt geparkt haben, wo es keiner durchkommt. Aber ich, ey. Dann noch faten, Alter. Das war 15, 16, 20, ich, äh, aber ne, 6. Nein, ne. Waaay. Bumm. Damm. Und jetzt? Dummy, Josh. 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 H1. 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 H2. H1. J1. H1. Da hat mich schon recht. Ich weiß nicht, welche Idee? W... Leck getolan. Je ich mein Autohaus. Leck Vertrauen. Das ist mein ordentliches. Okay, so ich hier was, da war's, da war's, da war's, da war's. Ja, du. Muss ich immer noch aufstehen. Wenn du so eine asoziale Schwuchtel bist, muss ich nicht mehr aufstehen. Lass doch den alten Herrn aufstehen, sobald er der Paktos kommt. Alles zu alles. Die Alten-Teilfemusik. Bin ich vermisst. 6 noch 10. Die Alten-Teilfemusik. Das ist ein Motorrad. Ah, du. Ich hab einen minder Bock da, ey. Warum hab ich das Motorrad? Bumm. Fick dich. Okay. Ich will eine Rosary. Elefanten-Töte habe ich hier. Ich möchte auch einen Jeep haben. Zum Elefanten-Töte habe ich hier. Du hast eine Mutter als Wahre, ne? Ah. Alter, der zieht auch noch nicht. Ich weiß, dass ich direkt habe, da habe ich dir kein Bock drauf. Ja. Ja, aber... Das bin eher... Okay, warte mal. 310. Fuselin. Okay, ja. Warte, ich bin noch mal. Du hast ja überhaupt protective deportiert. Warte, du musst dir hier eine H1 holen. Was? H1, was? � slash1. Ich mag irgendwas jetzt? Zobיפ, Porsche nur. Ich weiß. Duslyiee Lindsey bankruptcy. Tusch, ja! Tusch, ja! Tusch, äh,leinrí Ninhá Deswegen muchísimo auch, für's? Was? Das haben wir anfangen? Oh! Oh! den wohnen wie schnell genug ist er auf jeden fall die hand in dieser karte mit dem das kann ich für langsam so genutzt wird ihn aber nicht gut nach in den balien Bum, schakalakalaka, bum, bam. Und welche genommen sind? Kannst an der Kamera sehen wie lange ich mich noch aufnehmen. Kann mal gucken. Kannst jetzt ein bisschen... Oh Gott, Blick. Seit zwei Minuten. Komm, lass uns 15 machen und wechseln wir spielen. Ja? Das Spiel dann Terminator oder? Nee, wir können wir Dings und socken. Äh, Kontrolls und dann können wir ein paar Pappapronen auf der Nordschleife drehen. Ja. Wozu weiß ich, wo was Nordschleife ist? Und jetzt brechen wir das Fenster und dann Hydro und dann... Egal, ich bin zu müde. Ja, 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 ich bin zu müde. Bheuum, giuum. Bheum, gibeuum. Wie muss mein Vater gleich verwecken? Falls mein Bruder den nicht umgeweckt hat. Waaai, BAM! Mann! Habt ihr einen vor... 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 oder wie? Ah, mein Vater... Bei so Actionfilmen, das versteh ich nicht. Ich total mag, pennt er meistens nur ein. Das ist so dumm. Okay. Ich muss noch mal ein Bettzeug hochholen. Da wird der Pistole bleiben. Der Pistole, ich lass das nicht. Werde, das ist auch scheiße. Mein Lieblingslied ist... So, es ist nicht... So, aber nein... Gangstab nein. Ghetto nein. Wo wusste ich nicht? Da! Lieblingslied. Warte. Warte. Gib mir den Gangster an, oder? Die Tischweihörer ist zwar nicht richtig, aber... Naja, ich sing nur mit, dann Karaoke, weißt du. Lange es lieber, Janik, kannst nicht singen. Du auch nicht. Es sollst du. Hm, das kann ja jeder sagen. Ich bin da mal eine traurige Wahrheit. Ich will ja auch nicht singen können, wenn ich den Fußball spielen könnte. Oh, toll, das wollte ich mir. Nee, ich war voll nur da selten, dass er noch kacken war. Hachi, bom. Und langsam wird es langweilig. Damit man er kann. Ich guck mal was. Alter! Ah. Oh. Wow. Oh. Okay, ich glaub wir machen jetzt wieder Schluss, und wir sehen uns dann bald.